es ist in der tat zeit aufzuwachen denn was geht meine lieben zockfreunde hier ist bei eurer vizio am start und ich habe mir gedacht ich spiele dieses geile spiel unser fury es ist jetzt schon seit einer weile raus ich habe allerdings noch nie wirklich angefangen zu spielen und ich kenne das spiel 0 aber ich bin irgendwie richtig gehypt das zu spielen weil dieses cyberpunk theme finde ich übel zahmer geil und deswegen spiel probieren wir es mal heute aus neben einem station auch mal was frisches zu haben okay was haben was haben wir denn hier so als schwierigkeitsgrad kann ich jetzt universum die hintergrundgeschichte genießen oh man kriegt keine tropäne wenn man das macht okay eine anspruchsvolle herausforderung die zwar hart ist der führer der herzbeikämpfe schneller schlägen ist okay okay dann spielen wir spielen mal auf fury so wie der name es einfach mal sagt einfach mal schön durch vor allem jetzt schwieriger als stufe fury wird sich die credits einmal rollen lassen ich weiß aber ich bin übelst gehypt auf dieses spiel gerade Alter das sieht ja hammer aus oh oh ärger nicht gut Alter das sieht ja hammer aus Alter das sieht ja hammer aus röchend Ich gehe nicht woanders. Ich bleibe hier mit dir. Du denkst du dir nur so. Niede deine Hände. Niede deine Hände. Es ist Zeit, zu gehen. Okay, das ist ein bisschen unheimlich. Du bist zu dir. Wir holen uns zusammen. Geh aus der Prise. Wir sind frei. Nice. Dann tun wir das einfach mal. Okay. Wer ist denn das gewesen? Der hat jetzt eine Art Kaninchen-Sensei. Ich muss schon sagen, das Spiel sieht geil aus. Und der Schatten sieht auch übelst geil aus. Okay, jetzt können wir uns da drum bewegen. Diese Kameraansicht erinnert mich schon so übelst an Resident Evil. Ich weiß nicht warum, aber... Einfach so mit einer festgelegten Kamera ist es so geil. Oh, und die Mucke noch nebenbei. Okay, ich dachte, es gibt vielleicht dann noch etwas und... Oh, der Donner. Übelst geil. So. Ich habe wirklich keine Ahnung von dem Spiel deswegen, aber ich weiß auf jeden Fall eins. Die Mucke ist übelst geil. Oh, man sieht... Ja. Sieht was wie ein Schlachtfeld. Und du bist. Wenn du mir hörst, und du hörst gut, dann kannst du nicht erscheinen. Ich versuche, ich werde dich gleich zurück in deinem Saal bringen. Es gibt einen einfachen und schweren Weg. Du kannst wählen. Ich glaube, ich habe nur Option Nummer 3. Option Nummer 3, die schlitzt dich jetzt weg. Scheiße, ich habe gedacht, dass man nicht nur schießen kann. Oh, 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 shit. Alter, ist das geil. Autsch. Ich krieg schon übel aufs Maul gerade. So, weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Oh, okay. Weg mit dir. Oh, okay. Au. Geiler Special. Komm her. Weißt du was? Ich komme zu dir rüber. Weg mit dir. Was ist jetzt eigentlich dauerhaft machen jetzt? Ich höre jetzt dieses Prinzip dreimal das machen und dann geht es weiter. Ja. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh, oh. Alter, ist das Spiel geil. Oh, das nennt mich irgendwie an Niere. Bisschen so. Muss ich ihn dabei weiter? Ja. Weg mit dir, Alter. Okay, ich habe irgendwie gerade keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Aber es ist Zeit, um zu ernsthaft zu werden. Oh, shit. Du willst einen wahren Schmerz zeigen? Ja, komm her. Okay. Ey, Alter, brauchst du labern und kämpft doch mal endlich. Du bist keine Herausforderung, nicht. Guck mal. Oh, nein, nein, nein. Nein, au, 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 au. Oh, du Drecksack. Ja, okay. Au. Ja, okay. Du bist doch stark. Das muss ich dir zugeben. So, komm her. Ja. Boah. Ohne Scheiß, Leute. Sorry, dass ich hier gerade nichts sagen kann, aber... Ich habe gerade keine Ahnung, was hier gerade passiert. Ich habe gerade erstmal die Hälfte von ihm, ey. Au. Au, nein, nein. Oh, du Drecksack. Ah, okay, das kann ich nicht parieren. Oh, weg von mir. Pistole. Ich brauche Leben. Ich brauche Leben. Oh. Oh, er ohne Scheiß, der ist... Der ist gerade... Nicht so einfach. So, jetzt kommt's zu Schweißkampf. Hm. So, Nahkampf-Demonstration. ja du kannst mein schwert fressen kannst knicken ich glaube er ist jetzt nicht angepasst oh oh da war schimmert so grad fahren kannst du deine starke verpissen alter so und jetzt geht er den schwertkampf so konnte und fress was Das war's. man kann doch bitte verrecken er macht schon wieder er macht schon wieder ich schieße meinen weg da durch ich habe nicht gesehen zu viel zu viel auf einmal ok 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 übertreibt nur übertreibt nur übertreibt doch mal geschafft so jetzt kommt er letztes duel du willst mich umlegen ok er ist doch immer unverwundbar na kann ich nichts machen jetzt kriegst du auf die fresse digga so weg mit dir geschafft ich hoffe ich habe ihn jetzt geschafft ja ich habe es geschafft geschieht dir recht alter dein stab kannst du vergessen sei einfach leise und verdiene deine gerechte sache ich bin ich bin ich bin Ich kann dir helfen. Glauben mir, was wartet am Ende alles, ist so wertvoll. Du und ich, wir sind jetzt in dem gleichen Boot. Jetzt, lass uns hier raus. Unser Freund hier hat den Alarm geschafft. Also, ich werde dich warten. Keine Worte. Es macht keinen Unterschied. Sie haben dich für immer. Das ist alles, was sie tun. Okay, also, war er... Haben er und einige andere... ...mich wohl eingesperrt, weil ich zu gefährlich für die Welt war. Angeblich wohl. Ich weiß, dass ich es erreichen werde. Ob ich dir vertrauen kann, im Endeffekt? Das sehen wir noch. Oh, jetzt bist du auf einmal da. Alles klar. Bis zum nächsten Mal.